Hallo Mario Herzlichen Glückwunsch zu deinen 170 plus Subscriber, ja fast 200, alles Gute weiterhin, wünsch dir auch viele weitere Subscriber, ja du hast uns ja gefragt nach unserem aktuellen EDC und das ist im Moment ein kleines Multitool von True Utilities Gar nicht mal teuer, aber das hat mir gefallen, weil es halt relativ klein ist und da für mich die wichtigsten Funktionen hat, also könnt es aufklappen Dann haben wir hier die Zange mit einem Kabelabisolierer Spitzzange Hier haben wir ein Kreuz Philips Dann Haben wir hier noch die üblichen Tools Kleines Messer Das ist ein bisschen schwergängig noch Vielleicht noch mal ein Tropfen Öl drauf Kleines Messer Und auf der anderen Seite Haben wir hier einen Dosenöffner und einen Flaschenöffner Mit einer Sägezahnung Also bis jetzt wirklich ein gutes Tool, ist auch wuschstabil verarbeitet Gut, ist halt relativ klein, aber das ist ja das gerade Was ich auch wollte Und ist glaube ich nicht so einfach ein kleines Tool mit einer Zange zu finden Also Ich glaube da Die meisten haben dann keine Zange Sondern eine Schere oder sowas drin Das Tool, das ist wirklich nicht schlecht Gut, ist ein bisschen schwer Aber geht noch Okay, Mario, weiterhin Lock on Ich wünsche ihr alles Gute Ich würde sagen, ciao, wir sehen uns